In der Ausstellung von afrikanischen Künstlern werden Körper und damit Menschenrechtsverletzungen dokumentiert. Afrikanische Frauen nehmen die Beschneidung ihrer Genitalien in Kauf, um in ihrer von Armut und Patriarchat geprägten Welt nicht sozial ausgegrenzt zu werden. Erreicht werden soll, dass sich die Frauen in aller Welt mit mehr Selbstbewusstsein gegen jede Art von Gewalt zuwehrsetzen. Bei der Eröffnung sendete Boris Deary ihre eigenwillig selbstbewusste Botschaft an das leicht irritierte Tiroler Publikum. Vielen Dank an dieser Stelle an die Johanna. Die Boris Deary hat den Erzbischof Romero-Preis in Wien bekommen, meine Damen und Herren. Und die katholische Männerbewegung hat das natürlich sehr, sehr gefreut. Die Frage ist, warum, glaubt, Boris Deary unterstützt die Männerbewegung Sie? Boris Deary, you got the Archbischof Romero Award in Vienna. Und die katholische Männerbewegung ist sehr stolz, sehr gefreut, dass Sie diese Award haben. Was denkst du, warum gibt es eine Männerbewegung, die Ihre Kampf zu unterstützen? Well, first of all, ich muss es akzeptieren, richtig? Okay, bitte. Okay, das war's, was ich akzeptieren? Do you know what I really feel like doing? I really would like to stand here and get off this stage. Okay. And I would like to talk. Okay, that's great, that's great. And I would like to say, but Johanna, Johanna too? You're understanding which. That's the problem. And anybody who don't understand, put your hand up. Go away. Go.